Es geht wieder los. Der Obsticke City Run, Berlins Hindernislauf, startet am 7.10. und ihr seid alle eingeladen. Die Strecke führt hier durch den Olympiapark Berlin rund um das Olympiastadion und tatsächlich auch hinten durch die alten Reitsportanlagen. Wir haben dabei drei Strecken. Die Family Edition mit drei Kilometern und da sind zehn Hindernisse zu überwinden. Auf der sechs Kilometer Strecke, die vor allem für Teams da ist, sind 21 Hindernisse aufgebaut. Und wer richtig harte Action möchte, der ist auf der zwölf Kilometer Strecke richtig, der kann dann 31 Hindernisse überwinden. Es wird gerutscht, es wird geklettert, es wird gerobbt und natürlich warten auch unsere berühmten Pools und die Matschhindernisse auf die Aktiven. Wir haben ein neues Hangehindernis. Und dieses Hangehindernis, ohne zu viel zu verraten, wenn man das nicht schafft, wird man nass. Ja, das ist eine unserer liebsten Neuerungen. Dann haben wir ein schönes neues Team Hindernis, wo man sich gegenseitig tragen muss. Wie man sich trägt, verraten wir an der Stelle noch nicht. Das ist nämlich das Besondere an dem Hindernis. Das wird sehr witzig und das ist auch unser Anspruch. Wir wollen halt hier aktiv sein. Es geht richtig an die Grenzen, aber es soll dabei auch voll Spaß machen. Wir hatten letztes Jahr anderthalbtausend Teilnehmer und dieses Jahr werden es über zweieinhalbtausend Aktive, die sich hier auf der Strecke bewegen. Und neben dem, was wir hier auf der Strecke bieten, für die Aktiven, laden wir auch alle ganz herzlich ein, hier in unser Village. Da gibt es Action für die Kids. Wir haben eine Foodtruckmeile aufgebaut und man kann den ganzen Tag zugucken, wie die Startgruppen aus unserer Startbox gehen. Und die Hindernisse sind so aufgebaut, dass wir hier in der Nähe die Hindernisse alle so haben, dass man auch immer wieder etwas Neues zu entdecken hat und man kann neu zugucken. Das heißt, es wird nie langweilig und den ganzen Tag ist etwas zu erleben. Meldet euch an unter www.obsticle-city-run.de. Ab fünf Aktiven gibt es sogar noch einen kleinen Team-Rabatt. Wir freuen uns auf euch und seid alle mit dabei und dann haben wir einen Tag richtig Spaß und Action zusammen.